Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft Smash wir suchen uns jetzt erstmal schnell eine Map raus und zwar nehmen wir nehmen wir Stonehold Hallo Heinz das gibt es los ist schon Lobby Lobby ist schon voll ich hoffe es geht doch gleich los so 5,4,3,2,1,0 boah, Mensch, es ging ja schnell, unglaublich gibt es hier was? Nö, doch ein Schwert, ha, meins uh eh in your face das war ja ein tolles Spiel das war ja warum ist ah hüp und oh fuck flieg da raus nein oh hallo Heinz nein boah ha ha sind die schlecht ach komm die Runde gewinnen wir wieder aua was war das aua ja das ist kein paar ha ich hätte es mir einfach schon mal gedacht ach ha ich hab nen Bogen oh man wow wo ist der warte wo ist der hallo Heinz uah was war das boah alter Schawede alter war das mies ha fick dich Mensch der Heinz der kann es einfach der Heinz der kann es der Heinz mein Schwert uah boah fick dich wo ist noch ja oh Heinz Heinzi nein ah fick oh ich und da Heinz hier das ist ein kampf hier wuh da leer ne leer dein Jetpack ist leer ne fick dich nein nein boah war das knapp oh boah haha das war ja das war ja ein special move skato lol nein nein ja boah war das knapp boah dachte ich dachte ich dachte ich wäre tot hätte ich schon verloren aber boah Mensch hätte auch mein Leben verloren Mensch ne das war das falsche ich weiß ja nicht wo boah bumm so nein ah zack nein nein der russ ah ja nein oh ich hätte den da rauskicken können boah das hat gerade geleckt oh oh fuck oh boah wo ist dieser juri ach da da direkt vor mir loll was ist das warum sitzt der auf dem drauf Mensch wo sind die ach da Mensch was geht bei mir ha hat dein Leben verloren wegen ja nein nein ah fuck okay 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 gut ich geh mal kurz gucken ich zeig euch mal was was ganz geheimnis geheim geheimnis wenn man hier reingeht kann man hier noch hier weitergehen hier dann kann man hier dann kommt man hier hin na da ist keiner drin und so schnell findet das hier keiner okay also dann gehen wir wieder nach oben so nach oben zack so dann suchen wir uns hier eine map aus das ship nee oder soll ich das ship nehmen ich glaube ich nehme das ship da ist Schiff das fliegende schiff was kein wasser braucht zum fahren oder fliegen wie auch immer oh oh I'm on the top of the ship hüpp ah ah bumm was war das gibt's hier was gibt's irgendwas gibt's irgendwas cooles irgendwas was ich glaube was man gebrochen kann Aua was macht der wo es war das schon der rückt sich zack war der Mensch war wo ich bin grad geflogen ich bin cheater ich kann fliegen ins loch da Leute, dann halt nicht ins Loch, sondern... Ja! Mensch, so geht das Spiel doch. So macht das Spiel doch Spaß, wenn man gewinnt. Ah, nee, so macht es keinen Spaß. Das ist... Nö, nö. Das ist... Nö. Was fehlt so? Nicht für den hat er noch. Ein, zwei. Uah. Oh, jetzt wird es schon wieder... Oh, essen. Uh. Uh. Zack. Oh, das hört sich nicht gut an. Äh. Flieg. Äh. Wo ist er hin? Oh, das ist P. Eine. Ha! Aua. Wo? Ja. Nein. Da. Hallo. Ach, nur noch... Nur noch 4.3. Leben. Ah, okay. Ja. Ha! Bubble Kill. Mensch. Das war doch mal... Ha! Double Kill. Das war auch nicht alle Tage. Oh, die sind alle da oben. Oh, die sind alle da oben. Okay. Ich finde euch noch zwei, okay. Ach, tot. Leute. Oh! Äh. Wo? Von allen Seiten wird man hier an... An... Ah, ah, ah. Ich brauche Speed. Ah, wo man... Oh. Puh. Puh. Das brauche ich doch gar nicht. Ich muss essen. Oh. No. Und... Zack. 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 Oh. Was? Oh. Ich bin langsam. Warum bin ich langsam? Ich will nicht langsam sein. Oh. Jetzt bin ich wieder schnell. Ach, man. Jetzt. Oh. Ach, das ist unfair, der hat noch zwei Leben. Ich habe nur noch eins. Jetzt. Wo ist hin? Ach, da. Ich dachte gerade... Ich dachte schon, wo ist Lane? Zack. Ja, das bringt jetzt auch voll viel. Aua. Nein. Ja, scheiße. Okay. Gut. Das war's. Mit dieser Folge. Minecraft Smash. Ich kann schon wieder fliegen. Mann, ich bin ein Cheater. Und... Yo. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Minecraft Smash. Geht mal von aus. Und... Bis dann, Leute. Und... Ciao. Ciao.